Hallo Leute, willkommen zur Serverankündigung von Minecraft Wild. Minecraft Wild ist ein bestimmter Server, wo es darum geht, nicht die allergrößten und fantasievollsten Gebäude zu machen, sondern einfach mal ein bisschen eine Herausforderung zu machen, indem man mit so wenig wie möglich auskommt und wild lebt. Ihr dürft schon Häuser bauen und so weiter. Wir haben jetzt hier mal ein kleines Häuschen gebaut. Ich und Novolem sind ungefähr acht Leute, die zugeguckt haben und eventuell auch noch interessiert sind, reinzukommen. Ich werde die Slots stetiger erhöhen, auch die RAM stetiger erhöhen. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal ein paar der Videos anschauen. Der Livestream von Novolem, der vielleicht nicht täglich kommt. Mein Livestream, der täglich kommt, aber eventuell nicht immer Minecraft, aber öfters. Und von mir auch ein paar Vorstellungsvideos. Und wenn ihr denkt, ja, ich könnte euch vertrauen, ihr seid nette Leute, dann dürft ihr gerne hier raufjoinen, indem ihr einfach den Charakternamen mir gebt. Also der Accountname, beziehungsweise eben den, wo ihr mit dem Charakter einscheint. Und dann habt ihr, ja, freies Geleit. Einfach nicht zu den anderen Gebäuden gehen und irgendwas klauen oder etwas kaputt machen. Ich werde hart dafür sorgen, damit das auch nie passiert. Und wenn ihr das nicht wollt, also wenn ihr nicht raufjoinen wollt, dürft ihr natürlich jederzeit meinen Livestream schauen. Novolem's Livestream oder einfach eines der Videos von ihm oder mir schauen. Und wir haben jetzt mal begonnen, hier ein Baumhaus zu bauen. Es ist alles noch ein bisschen nicht so abgegrenzt und so wird alles noch schöner gebaut. Wir machen mehrere Bäume. Dieser Baum zum Beispiel hat jetzt oben auch nochmal Setzlinge. Schauen, dass das geht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt längere Zeit nicht gewachsen ist, aber ich denke mal, dass es vielleicht so ein bisschen nah ist. Und, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da viel und schnell, also schnell alles gelernt, was neu ist, weil ich ja 1.7 Cent spiele mit Mods, weil ich einfach Mods liebe. Aber natürlich jetzt auch sehr heiß drauf bin, hier einfach Vanilla zu spielen auf der neuesten Version, damit wir einfach etwas auch zusammen erleben können, ohne einen gigantischen Server aufmachen zu müssen mit vielen Roms. Ja, der Spawn, der Hauptspawn war da drüben. Hinter dieses, also auf der Seite dieses Berges ist Meer, da war er und jetzt ist er hier oben. Dann habt ihr also gleich mal das Adminhaus da oben. Dürft natürlich überall hier im Wald leben. Dürft auf der Wiese hier irgendwas aufmachen. Irgendwie was Barbarisches, irgendwas Wildes, Wildwesten könnt ihr aufmachen. Ähm, ihr könnt dort in den Schwarzeichenwald gehen. Ihr könnt auf die Spitze eines Berges etwas machen. Auf jeden Fall ein bisschen Rollenspiel oder so etwas wäre nicht schlecht. Ist es natürlich nicht, aber wäre auf jeden Fall cool. Machen wir selber auch. Und, ja, ich bin mal gespannt. Eine gute und weitere Servervorstellung kommt dann bald, wenn es mehr zu vorstellen ist. Es ist jetzt wirklich noch nicht lang offen. Und dann seid ihr auch einer der Ersten, wenn ihr Lust habt. Ja, genau. Also, Wild, der wilde Server von Drago Novolem für euch alle. Egal ob du, er, sie, es und so weit. Bis zum nächsten Video oder bis zum Livestream. Oder auch nicht. Tschüss.